Lieber Herr Professor Sommer, lieber Herr Eberhardt, das Fraunhofer IKTS und ich persönlich möchten Ihnen ganz herzlich zu Ihrem tollen Jubiläum gratulieren, 25 Jahre IMMS. Ein solches Jubiläum ist nur möglich durch ein engagiertes Wirken der Mitarbeitenden. Insofern möchte ich diese Glückwünsche auch ausdrücklich an die Belegschaft richten. Feiern Sie Ihren Geburtstag, blicken Sie optimistisch in die Zukunft. Ich denke, mit der Ausrichtung Ihres Institutes sind Sie gut aufgehoben in der aktuellen Zeit. Die Themen Digitalisierung, Industrie 4.0 sind in aller Munde und genau diese Themen bedienen Sie. Insofern mache ich mir über die Zukunft des IMMS keine Sorgen und wünsche Ihnen viel Erfolg.